18. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im Oktober 2016. Weihnacht von Peter Rosecker Es ist der heilige Abend. In der Stube brennt heute statt des rauchenden Kienspans eine geweihte Wachskerze. Auf dem weißgescheuerten Tische ist aus Amuletten und heiligen Bildern ein Altar aufgerichtet und inmitten steht das beruste, hölzerne Kruzifix. Das ist so heilig, dass man den Ruß und das daran klebende Spinngewebe nicht herabwischen darf. In der Stube ist es feierlich und stille, aber draußen in der Nacht bläst der Nordwind und pfeift und poltert in der heiligen Stunde wie ein Heide. Aber auf den Fensterscheiben blühen die herrlichsten Blumen und Rosen. Kennt ihr die Geschichte davon? Da standen sie einst im Mai auf dem Fensterbrette, die Blumen und Rosen, und sie waren zart und frisch und blühten und dufteten, denn die Jungfrau pflegte sie und sie hatte ihre Freude an den Kindern des Frühlings. Aber da kam der heiße Sommer und die Blüten wurden welk, und es kam der trübe Herbst und die Blätter wurden bleich und fielen ab, eins nach dem anderen. Langsam starb der Blumenstrauß dahin. Als nun kam jene Nacht des Heiles und der Erlösung, in welcher die Toten in den Gräbern lebendig werden und die Geister singen, Ehre sei Gott in der Höhe, da erschien auch der Geist des Blumenstraußes am Fenster und entfaltete sich in unzähligen Zweigen und Rosen. Aber sie sind bleich und kalt und werden nicht mehr wie im Mai, weil sie der heilige küsst, der draußen klopft und stürmt. So denkt sich das Mütterlein, das am Ofen kauert und betet, dass das Jesu Kindlein komme. Neben diesem kniet ein Kneblein, das zittert in Angst und Erwartung und betet ebenfalls, Lieb Jesu Kindlein, komme! Da geht die Tür auf und der Bauer und der Großknecht treten herein. Ersterer trägt ein Kohlengefäß, aus welchem Weihrauchwolken emporqualmen, letzterer einen Topf mit Weihwasser und Sprengreisig. So ziehen die beiden in Haus und Hof umher, mit dem geweihten Rauch den bösen Geist erstickend, mit dem Reisig den Segen Gottes in alle Kisten und Kästen und Kammern und Ställe sprengend. Selbst Rind und Schaf und Schwein wird beräuchert und besprengt. Es ist wegen den Anfechtungen des Fleisches. Nicht selten wird heute das ganze Grundstück umgangen und auf diese Art eingesegnet. Dabei darf aber kein Wort gesprochen und der Blick nicht nach rückwärts gewendet werden, denn der Teufel hat um diese Zeit freies Spiel. Dieses Rauchen und Sprengen wird auch in der Neujahrs- und Dreikönigsnacht wiederholt. Es ist auch schon geschehen, dass man in den Strohkammern den Teufel nicht genugsam beschworen hat, dann ist über Nacht der ganze Hof weggebrannt, aber Feuer hat man keines gestreut. Nach dem Rauchen wird vor dem Hausaltare der Rosenkranz gebetet und darauf kommt ein heute besonders fettes Nachtmahl. Die herrliche Sitte des Christbaumes findet man in den Gebirgen nicht. Der Hausaltar und der Rosenkranz soll ihn ersetzen. In Wirklichkeit aber vermag's nur der fette Heidenstärz, welchen die Bäuerin zum Nachtessen auf den Tisch bringt. Nach demselben wird gewaschen und geputzt und gebürstet und sind die Leute mit allem fertig, so setzen sie sich zu Tische, lesen die drei Evangelien zum Christfeste oder singen Weihnachtslieder. Ich wollte, ich könnte euch zu folgendem Weihnachtslied auch die wunderliebliche Weise auf das Papier legen. Seien so kleine Kinder und Kinder schon fliegen. Jodel, top noch hin, werden wir schauen, dass wir ihn kriegen. Mirstel, gib an bocht, der Jodel ist grob, er möchte in sein Kind schrecken, das war ins kein Lob. Franzerl, nimm's Ranzerl und bsinn dich nicht lang, steh dich an auf Forsts Lamperl und wog' noch in Gang. Buck dich fein scheren und scheren, buck dich fein scheren, ruck zurück dein Hütterl, wennst eine wüsst gern. Naderl und Regerl, es Menschenle zwei, nehmt's in ein Zägerl an jetzt ein paar Ohr. Da steht in Stoi, steht die Kur, nehmt's a Milch auch dazu, geht's na fein geschwind zu dem gruselnd kleinen Kind. Tiert legt's auf die Seiten und stecken auf die Erde, dass wir ins Bekennen vor Gott in sein Herrn. Hätt's ja mal ja nicht geglaubt, bin da schon alt, dass man einen alten Stoi so schön ausmalt. Süber und Gold gibt's ja genug, muss ich dabei, dass man schier meint, man muss kugeln ins Hei. Hirt's herzies Kinderl, grüß dich Gott, du duest mein Amla gefallen, bist nicht mit Götzern zahlen, ich sag's, dass du trutz. Und selber auch viel Kinder gehabt, aber keins hat so mein Herz gelobt. Glaub, kein Kind auf der Welt wird so ein Prinzen zahlen, der an so würdet gefallen, wie du, mein Schatz. Was wird dein Vater sagen, wenn er dich sehen wird, so arm und bloß auf die Erde, viel Not und Blagen. Er wird vor Herzleut ohnmächtig werden, wann dich g'stott Leid tun die Viecher verrähen. Er wird dich gewiss bitter bewahren, wann's von viel Schnee und Wind zu wen inser Teufels sind, leiden musst du langer. Drum, o Mutter, mit dein Kind, geh mach die Eilends auf, mit mir mein Haus zulauf, versteck dich g'schwind. Ich will mein Weib heimler stiften brav an, dass er Schmalzkach in der Kopfenform für eng allerzwein zurechten soll. Das habt's bei mir alle Tag, so viel, als ich's klein Schippel noch mag. Geht's? Das ist toll. Wenn's oft wirklich g'schägen sollt, dass der Herr Fader dein, dich, o lieb's Jesulein, zerärmen nehmen würd, so streck aus dein Handel und nimm ihn's beim Geschöpf, aber gib acht, dass du ihn's nicht wegreißt, den Kopf. Du bist klein, mächtigster Gott, wannst du willst, du wartst, da rier's, der inser Teufel schmier's, in die ewige Not. Mittlerweile wird es Zeit zum Mettengang. Festlich angetan stehen die Leute um den Herd und zünden sich eine Fackel an. Diese voraus eilen sie nun von ihren Bergen in die Täler, vereinigen sich dort mit anderen und ziehen hinaus gegen das Dorf zur Pfarrkirche. Viele sind weit von dieser entlegen und kommen oft erst um zwölf Uhr, wenn schon alle Glocken klingen, bei derselben an. Es ist schön, wie von allen Seiten die Lichter herbeikommen und endlich um das Gotteshaus einen förmlichen Kranz bilden. Aber auch aus den hohen Kirchenfenstern strahlt heller Glanz und die Glöcklein klingen am Altare und die Orgel tönt. Schmetternde Musik erschallt vom Chore mitten in der Nacht und liebliche Weihnachtslieder wiegen dazwischen. Auf, auf, du Schlafjodel, du rantiger Buur, was jeder erzähl, ich würd' ein Flux sagen, was sich hat zutrang, sei fritsam mit Ruhe und lass mir na zu. Die heutige Nacht, um die einlaste Stunde, da höre ich schön singen, in allerhand Stimme, ein Lieblicksgesang, es wär ad nicht lang. Hiesl, wie haben sie es denn gesungen? Ei, sag mir's na rau. Schön lustig und mannisch, schön darfig und weibisch, und wann es nicht kann, fangt's noch einmal an. Ha'n Bastel aufgeweckt, hat geschlafen so fest, ha'n gerupft, ha'n gestessen, hat Hosen vergessen, wird munter aufgeletzt, hat die Augen ausgewetzt. Oft hat die Erms halt sagen, a Kind ist geboren, in Stoi in der Bethlehemstadt. Es liegt ganz da vorn, es ist ja so kalt, sollten abgehen bald. Wie wir rauwis einkämmen, gehen wir rein in den Stoi, oft werden wir halt sehen, wie ein Roller ist da. Ein Ochs und ein Esel, ist auch noch dabei, das Kindlein ist zart und liegt auf dem Hai. Der Vater steuert, und Mutter blut jung, schön weiß, als wir kreiden, schön müde, als wir seiden, ein mächtiges Weih, demütig dabei. Es wir doan weggehen, o göttliches Kind, tu uns do beistehen, verzeih uns, die sind, an mir werden sterben, tu uns Gnot erwerben, und vor deinem Gericht, verdamm uns do nicht. Das ist ein gemütliches Wiegen und Jodeln in der Kirche, selbst die ältesten Leute singen heute mit. Und während der Wandlung hört man gar den Kuckuck und die Nachtigall, es ist die Liebe, die süße Christnacht. Wer aber zu Hause bleibt in den einsamen Gehöften, der hat eine gar wundersame Stunde zu durchleben. Er denkt heute auch nicht an den Schlaf, sondern befleißt sich des Gebetes und frommer Übungen. Nun, und zwischen elf und zwölf Uhr ist die Zeit zum Losen. Jawohl, zum Lauschen an den Stalltüren und an den Krippen, denn zu dieser geheimnisvollen Stunde redet das Vieh. Aber mit Weihwasser müssen sie gut ausgewaschen werden, die Ohren des Lauschenden, dann kann er es hören und verstehen, wie sich die Tiere gegenseitig in menschlicher Sprache Freude und Leid klagen und mitunter auch menschliche Verhältnisse besprechen. Da hat sich im Jogel-Land einmal ein ganzartiges Geschichtchen zugetragen, welche sich hier erzählen muss. Der alte Reizbauer hatte nebst einer jungen Tochter auch einen jungen Knecht, der sehr fleißig und arbeitsam, aber auch ziemlich genau und streng in seinen Forderungen war. Nun war aber der Reitbauer nicht bloß reich, sondern auch ein bisschen geizig und er sann auf Mittel, den Ansprüchen seines Knechtes Schranken zu setzen. Dazu sollte ihm nun die Weihnacht und der Aberglauben helfen und eine Zauberstimme, wie sie aus dem Vieh sprechen sollte, brächte er, der Reitbauer, wohl auch noch zu Wege. Die Weihnacht kam, der Bauer gab vor, in die Kirche zu gehen, bewog aber den Sepp, seinen Knecht, in der Mettenstunde um zwölf Uhr losen zu gehen, denn bei ihm redeten alljährlich die Schafe und das geschehe sicher auch heuer wieder. Der Knecht sagte, dass er doch wissen müsse, wie das eigentlich sei und ob er die Tiere denn wirklich auch verstehe. Sofort ging der Bauer vergnügt, wenn auch nicht in die Kirche, so doch in den Schafstall und legte sich in die Heukrippe, um hernach, bei Erscheinen seines Knechtes, mit verstellter Stimme das himmelschreiende Unrecht unbilliger Forderungen seitens der Dienstboten zu rügen und es mit allen zeitlichen und ewigen Strafen zu bedrohen. Das Sepp wollte nicht kommen und als man unten im Dorfe schon längst zur Mette geläutet hatte, war er noch immer nicht da. Dem Bauer in der Krippe bekam's schier wie grauen und es stiegen ihm der Gedanke auf, dass er eigentlich ein Frevler sei in der Heiligen Nacht, in dem er, ein armer Sünder, in der Krippe liege wie einst der Mensch gewordene Gott. Wenn er nun zur Strafe, Gottes Urteile sind gerecht, in seinem ganzen Leben kein Wort mehr reden könnte oder gar in ein Schaf verwandelt würde, das Beste wäre schon, er ginge. Halt, das war, war das nicht etwas dort im Winkel? Und die Schafe werden unruhig, sie beginnen einen förmlichen Umgang um die Krippe, da schlägt es zwölf. Geht's boarweiß, geht's boarweiß? Heiliger Gott, wer ist denn da, wer spricht denn da? Ich will verdummt sein, wenn das nicht der Wider ist. Der Bauer in der Krippe fühlt Todesangst, er wagt es kaum zu atmen, er betet im Herzen, er schließt einen Kontrakt mit allen Heiligen des Himmels, dass er fasten wolle, jeden Samstag und Almosen geben von allem, was er besitze, wenn sie ihm beistehen in dieser Stunde. Geht's boarweiß, geht's boarweiß, wiederholte die merkwürdige Stimme. Zweit, dann boarweiß, Fader, weil's boe eine Hochzeit gibt in den Haus. Ah, was du nicht sagst. Nein, gescheiterweise, soll das woher auch sein? Versteht sie, aber es weiß auch noch nicht, alles wäre ich, und denen wird's recht gleich geschehen. Weißt, der jungen Knecht, der Säppel, der heirat die Tochter vom Haus. Nein, geh, blausch nicht a weit, du wirwitziger wieder. Der Bauer mag ihn Knecht eh nicht leiden. Jetzt soll er ihm leicht seine Tochter auch noch geben. Ja, Schnecken, das geschircht nicht, und das geschircht einmal nicht. Geh, was weißt denn du, wenn die jungen Leute halt beschaffen sein samm, so geschircht's, und beschaffen sein sie samm, so ist eine alte Geschichte. Wie meinst, was wird dann geschehen, wenn der Bauer sein Wünnet dazu gab? Mei, was kommt denn auch geschehen? Verjäucken kommt dein Knecht. Verjäucken, meinst? Na, da wird sich schon ganz was anderes zutragen. Ich sag das, Lamperl, wenn die zwei aufs Jahr nicht schon ein kleines Bierwahl haben, da frisst der alte Reitbauer in der nächsten Christnacht heu, und hat so lange Arwaschel wie in seinem Müllesel. Du, du, das war jetzt wieder, auf dieser Quist hat Mist Hützler wenk ausglauben von heu, dass man sie nicht gar so ins Maul und in Nosen stach. Derat wenk geht's bohrweis und losdenkt, wo ich schee weiß waschen, die Kind sein Wink durch. Noch manches ist davon gesprochen worden und auch anderes. Der Sepp jedoch ist nicht gekommen. Als aber im Dorfe die Mette aus war, da hörte der entsetzte Reitbauer nichts mehr als das Blöken der Schafe wie vor und eh und seitdem haben sie nimmer gesprochen. Aber in drei Monaten darauf da waren der Sepp und die Tochter vom Hause ein Paar. Der Bauer hatte keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt. Je nun sie sind füreinander geschaffen, wer soll sich der ewigen Fürsehung widersetzen? Die Schafe haben bei der Winterschuhe eine ganz besonders reine weiche Wolle zum Wiegentuch geliefert. Und über ein Jahr bei der Taufe, die gerade auf den Heiligen Abend fiel, wie sie da ganz fröhlich um den Tisch sitzen, der alte und der junge Reitbauer, der Gevatter und andere, da ruft es plötzlich unter dem Tisch, geht's boarweis, geht's boarweis. Der alte springt auf, glotzt den Sepp an, wie dieser durch eine Art Bauchredner Kunst jene bekannten Töne vom Schafstalle hervorbringt und brummt dann, aber nein, der hat mich dran kriegt. Dann bricht er in ein ungeheures Gelächter aus und schreit, auf die Letzt tun ich denen noch längere Einwaschen wie mein Müllesel. Seitdem man sich dieses Geschichtchen erzählt, will man nicht mehr recht an das Losen und seine Wunder glauben. Um drei oder vier Uhr morgens kommen die Leute von der Mette heim. Hier erwartet sie Fleisch und Glätzenbrot, damit in dieser segensreichen Nacht auch dem Leibe heil wieder fahre. Ende von Weihnacht von Peter Rosecker 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 Untertitelung des ZDF, 2020